So, geht schon wieder los mit ein paar Akkus fahren. Zweite Finale, A-Main TT Cup hier mit Holger Friese und Marten Siongever und dem großen Anarmrest. Ich bin fünf. Einigt euch, nur noch eine halbe Minute. Was bin ich denn? Neunter? Zehne sind wir? Dann bin ich hier, ne? Ja, gut, dass ich weiß, wo du stehen darfst. Zehn, neun, ne? Wieso, da ist ein Aufkleber. Neun, zu neun, zu neun. Hat er? Keine Ahnung. Noch mal neun, noch neun. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf. Ich bin das aufgeregt. Ich zieh voll durch. chunky oder die Frage? Jetzt frage ich da, nicht oder? Ja máxima in Follow City. Also da kommen Sie mich. Der da rein. Oh, Entschuldigung. Wie lange noch? Achso. Wie lange noch? Ja? Wie lange noch? Eakin W Greenspaner? Ja? Dann verkligen alle drei treiben. willkommen zum Mikroool X, Die Kirche ist in der Nähe der Kirche. Achtung Das ist Honza, die Weiber, oder? Dann müsste ich den da quasi durchlassen, oder? Da liegt einer immer noch! Ja, so nicht, ne? Nö. Ach komm! Ja, Stefan, viel Spaß, ne? Dritter! Vorher, vorher! Hat der wieder einen Grip in der Bude hier, du! Oh, bin ich die Bummsbude, oder was? Ist der Gelbe auch ne Überrundung? Ja, wie auch immer! Mach ich jetzt mal auf hier! Danke! Schöne Felgen! Ja! Ja, vom Kuss zu haben, ne? Ich hoffe, das ist wirklich schön zu Bravo! Oh, danke schön! Oh, danke schön! Ja! 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 Uppala! Ja! 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 Wuppala! Mit Fluganlagen! Vielen Dank. Vielen Dank. Weiß ich gar nicht, das stimmt. Ist die Zweiter gewesen? Ne, Neunter. Oh, der Beckmann. Das ist wieder Honcha, den muss ich vorbeilassen. Genau. Oh, der Beckmann. Oh, ich hab mein Auto schon platt gesehen. Dabei finde ich, der ist eigentlich platt genug. Ich hab überhaupt keinen Überblick mehr, ob irgendwas in der Überrundung ist oder nicht. Wenn man erstmal so beschwungen ist, ich glaub 25 Minuten würden auch was machen, oder? Ach, wie oft soll das denn noch passieren jetzt? Hey, ich hab mich ja heute gerade, da wollen wir das gebrochen, ja. Was war jetzt? Hey, ich hab ihn. Oh, ich hab ihn. Oh, ich hab ihn. Das ist jetzt echt. Jetzt bist sogar du vor mir, weil ich das zehnte Mal angefickt wurde. Das ist jetzt nicht so schön. Das ist jetzt 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 so schön.